Wir wollten einen Wirtschaftsbericht sehen. Wo ist denn der vom letzten Jahr? So, was haben wir damals geschrieben? Wir haben die alten Berichte quasi verlinkt hier. Da hatten wir ein bisschen so ein paar Zahlen drin und so. Genau, Grifa Games ist weiterhin das größte CityBild-Netzwerk. Im August hatten wir 3.001-Spieler, blablabla, okay. Unsere Ziele. Wir können ja erstmal gucken, ob wir die Ziele erreicht haben. Wir machen mal Musik aus, wir gehen mal ein bisschen runter. Ich gehe jetzt erstmal den alten Bericht durch und dann machen wir gleich den neuen. Mal sehen, wie das für uns bisher so gelaufen ist. Ja, wir hatten ja wahrscheinlich wieder gute Ziele. Also, es ist nun über ein Jahr vergangen, habe ich damals geschrieben. Dann habe ich die alten Berichte euch gezeigt und dann gibt es die aktuelle Situation. Grifa Games ist weiterhin das größte CityBild-Netzwerk. Euer Vertrauen in Grifa Games und das Engagement in der Community ehrt uns sehr. Das stimmt weiterhin, ne? Grifa Games ist weiterhin das größte CityBild-Netzwerk und das Engagement von euch, das finden wir auch weiter toll, dass ihr alle so Bock habt. Weiter geht's. Im August 2020 hatten wir 3.100 bis 3.400 Spieler in der Spitze. Aktuell sind es 3.000 bis 3.500 Spieler. Die stärkste Phase hatte Grifa Games übrigens Anfang 2021 mit 4.000 Spielern. Boah! Boah! Da müssten wir heute hinschreiben. Grifa Games hat in der Spitze 2.000 bis 2.200 Spieler. Und die stärkste Phase war... Die stärkste Phase ist lange her dann, ne? Puh! Also hier, puh, da sieht man, dass die Zahl der zeitgleichigen Spieler ist auf jeden Fall F. Das ist F. Aber es geht weiter. Ich habe hier sogar einen Graph verlinkt. Ich glaube, das wäre der Graph, den wir mal als erstes uns dann angucken hier im Stream. Hier seht ihr nämlich den Verlauf, ne? Da sieht man hier wirklich 4.000 Spieler. August 2021. Und so zum Ende hin, da wird es ein bisschen löschriger, sag ich mal, immer noch 3.000 Spieler. Also, ja, ja. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das jetzt gerade aussieht. Das geht quasi dann hier rechts weiter, das Ganze. So, hier seht ihr die geupdateten Zahlen. Ne, ihr seht, es geht hier weiter. Da waren wir so bei 3.500 Spielern circa. Und dann ging es auch wirklich runter. Ihr müsst wissen, hier circa war das, wo dann auch so Corona langsam gelockert wurde. Und dass irgendwie alles vorbei war. Und es haben richtig viele Leute Bock gehabt auf Urlaub. Dann kam noch Microsoft Migration und so. Und Minecraft war halt auch generell nicht so im Trend. Gibt viele Gründe. Trotzdem kann sich ein Netzwerk nie selber, also nie komplett rausreden. Es gab auch Netzwerke, die sind in dem Zeitraum hier gewachsen. Rifa Games ist es nicht. Man muss einfach hart sagen, von 3.500 Spieler hier sind wir runter auf circa 2.200 Spieler jetzt zeitgleich abends. Das ist aber auch schon länger so. Also, ihr seht hier seit ungefähr Juli ist das so. Die ganzen Bots sind weg. Gut, das kann man natürlich auch sagen. Es sind sicherlich ein paar Bots weg, weil wir Anreize für Bots minimiert haben. Aber das sind nicht 1.000 Bots gewesen. So viele Bots waren das nicht. Ja, also hier sieht es tatsächlich nicht so gut aus. Aber zumindest stabil bei den 2.000 Spielern abends. Da sind wir gerade. Wie geht es weiter im Bericht? Also, seit August 2020 sind 393.000 neue Spielaccounts hinzugekommen. Wodurch wir aktuell 1,518 Millionen haben. Wie sieht das denn im Moment dann aus? Jetzt gerade. Ich glaube, das haben wir ja hier mal stehen. Wir haben gerade 2,1 Millionen Spieler. Das heißt, wir haben doch dann ein Wachstum um 600.000 Accounts. Das wäre aber sehr viel, oder? 600.000 neue Accounts in einem, also in dem Jahr wäre es sehr, sehr viel, oder? Habe ich da vielleicht eine andere Zahl genommen? Ne, das müsste eigentlich passen. Ah, ich zeige euch mal den Graph. Das ist ganz interessant. Da haben wir, ah, ich zeige euch mal den Graph. Das ist mit den 600.000 Accounts. Da muss man jetzt wieder so ein bisschen aufpassen, wie man die Zahlen deutet. Äh, das ist nämlich der Graph dazu. Und ihr seht, das ist immer das Gefährliche, wenn man jetzt einfach nur Zahlen nimmt. Wir haben hier einen Anstieg gehabt. Wir sind auch bei 2,1 Millionen Accounts. Aber hier, da haben wir wahrscheinlich irgendwas migriert damals. Irgendwas wurde migriert oder es war eine massive Botwelle. Irgendwas war hier. Ich weiß selber jetzt gerade nicht genau was. Ich glaube, ich vermute, wir haben da Accounts migriert oder so. Und deswegen sind da ganz viele Accounts hinzugekommen. Ähm, ich kann mal gucken, wie viele das waren. Äh, 481.000 Accounts sind da durch eine Migration oder irgendeinen Botting-Angriff gekommen. Ich vermute eine Migration. Und am Ende sind es dann 2,11 Millionen. Das heißt, wir haben, oh ihr seht natürlich nichts. Also das Ergebnis ist folgendes. Wir haben in dem Jahr 2022 104.292 neue Accounts gesehen. Das war hier noch 393.000 neue Accounts. Allerdings, glaube ich, für den Zeitraum von anderthalb Jahren damals. Weil das erst im August rauskam oder so. Also tatsächlich hier schwächer von den neuen Accounts. Muss man so sehen. Haben auch weniger Leute zu Minecraft gefunden. Würde ich vom Gefühl her sagen, stimmt. Oh, jetzt kommen die Ziele. Ziele sind immer spannend. Im letzten Bericht haben wir angegeben, dass viele Systeme überarbeitet werden sollen. So wie der Release des 1.16-City-Builds-Netzwerks. So. Das überarbeitende System haben wir abgeschlossen. Griefer Games ist softwaretechnisch deutlich besser aufgestellt. Und der Release des 1.16-Netzwerks hat endlich geklappt. Stimmt. Das war damals die Zeit, wo wir die 1.16 endlich released hatten. Und da hatten wir ja ganz viele Bugs und Sachen zu tun und so. Ja. Das Projekt wurde nach langer Planung im November 2020 begonnen. Und dann eben quasi im Januar 2022 released. Also ein Jahr und drei Monate später. Genau. Ein Upgrade auf die neueste Minecraft-Version möchten wir angehen. Das kann aber erst begonnen werden, sobald Mystery-Mod 1.18 unterstützt. Ist auch tatsächlich so passiert, Leute. Das muss ich sagen, stimmt. Wir haben tatsächlich ja auf gewartet. Aber da musste Mystery-Mod sogar auf die 1.19 noch gehen. Weil die zwischenzeitlich rauskamen. Und wir sind jetzt auf der 1.19. Stimmt. Also das hier, tatsächlich eine Sache, die genauso abgelaufen ist. So. Im Jahr 2022 möchten wir den 1.16-City-Bild verbessern und dort viele unserer Ressourcen investieren. Haben wir definitiv gemacht. Die 1.16 soll möglichst lagfrei laufen und international bespielbar sein. Auch das hier, ne. Grifa Games ist, wenn ihr die Sprache auf Englisch stellt, ist alles auf Englisch. Das ist tatsächlich auch passiert. Die 1.8 werden wir nicht vergessen. Auch hier wird es Updates und Wartungen geben. Ja. Haben wir, glaube ich, auch gemacht. Ich weiß, es gibt immer Leute, die wünschen sich noch mehr Updates und so weiter, aber... Die 1.8 wurde dieses Jahr extrem vernachlässigt. Na, verträumter. Guckt ihr mal die ganzen News an, was wir da alles an das Zeug rausgeballert haben. Da waren schon Updates bei. Wir haben vor kurzem GG auf freigeschaltet. Über Grifa Games auf könnt ihr einen Grifa Games Account erstellen und Two Factor aktivieren. Das erhöht eure Account-Sicherheit, da immer ein zweiter Faktor notwendig ist, um zu spielen. Dieses Jahr möchten wir das System ausbauen und ein Login möglichst viel in unserer Systeme ermöglichen. Forum geplantes Ticketsystem Bedrock. Also im Forum klappt es, Bedrock klappt auch, aber im Ticketsystem nicht. Das ist jetzt gerade erst in der Alpha-Phase. Da testen wir im Discord rum. Da kann ich auch sagen, Ticketsystem werden wir dranbleiben. Das wird auch in 2023 spannend, dass wir da ein tolles Ticketsystem hinbekommen. Da sind wir dran. Ich kann sagen, ich kann ja nochmal über die Ziele reden, die wir für das nächste Jahr haben. Also ich kann euch sagen, für die 1.8 wollen wir weiterhin Wartung machen. Das ist ja klar, wenn irgendwas kaputt geht, wollen wir da dranbleiben. Und ich denke auch ein paar coole Updates. Wenn ihr da gute Updates habt, gerne raushauen. Was wir auf dem Schirm haben aktuell ist Set Order. Dass man die Plot-Reihenfolge ändern kann. Da wollen wir ran. Was haben wir noch auf dem Schirm? Mal überlegen. Adventuras auf dem Schirm. Das heißt tägliche Quests, tägliche Aufgaben, ein neues Farming-System. Eine Adventura haben wir auf dem Schirm. Minigames sind auf der Liste, klar. Aber halt mit der Grypha Games Cloud könnt ihr ja trotzdem von der 1.8 aus dann joinen. Also ich glaube für die 1.8 ist das jetzt gerade so das Größte. Aber ich glaube auch, dass wir Adventurer und das andere relativ schnell hinbekommen mit P-Set Order und so. Ich glaube so die ersten drei Monate, also bis März sollten wir das schaffen. Was wir danach machen wollen, keine Ahnung. Also wir haben bei der 1.8 auch einfach nicht mehr so viele gute Ideen, muss ich auch ehrlich sagen. Wir werden auch nicht irgendwelche Updates Hals über Kopf machen, weil sehr viele Leute sind auch immer genervt, wenn Updates kommen. Aber ich glaube P-Set Order ist ein Update, was viele Leute feiern. Und ich glaube auch, dass Adventurer auch ein Update ist, was einfach viele Leute feiern auf der 1.8. Gibt es ja auf G-Cloud schon. Genau. Für Grypha Games Cloud, was kommt da? Ganz wichtig natürlich, kleinere Bugs fixen und so. Das muss weiter gemacht werden. Da haben wir noch einiges offen, aber es sind meistens so Mist-Bugs. Ein paar Lag-Bugs gibt es noch. Da sind wir auch dran. Haben aber auch in den letzten Wochen wieder viele gefixt. Das wollen wir komplett erledigen, dass es alles weg ist, dass es super sauber läuft, so wie es sein soll. Und dann für die Grypha Games Cloud natürlich Minigames. Die sind auf jeden Fall da dick auf der Liste. Und ich glaube, was wir für Grypha Games Cloud auch so ein bisschen auf die Liste setzen können, sind Möbel. Neue Möbel, neue Mischung und Möbel. Vielleicht auch dann für die 1.8. Das würde ich so halb auf die Liste schreiben. So halb. Das kann man auf jeden Fall hinsetzen. Wir machen mal weiter mit der Wirtschaft. Wie gesagt, jetzt nur die 1.8-Wirtschaft, 1.19-Wirtschaft geklaut. Habe ich keine Daten, kann ich selber nicht sehen, muss ich anfragen. Ergänzen wir dann vielleicht. Also, die Wirtschaft. Das gesamte Geldvermögen aller Spieler ist seit dem letzten Bericht von 10 Milliarden auf 24 Milliarden gewachsen. Boah, das war die Zeit, das weiß ich noch. Da haben wir so viele Money-Drops und so rausgehauen aus Kisten. Wurde auch extrem gebottet. Steht ja auch, dieser Anstieg ist vor allem durch die Money-Drops gekommen. Direkte Bargeldgewinne aus den Kisten haben, keinen großen Einfluss steht hier. Werden wir sehen, ob das stimmt. Dass direkte Bargeldgewinne, die sind ja quasi noch drin geblieben, dass sie wirklich keinen so großen Einfluss hatten, werden wir rausfinden. Heute im Wirtschaftsbericht quasi jetzt live. So, besonders gegen Ende Oktober hat sich die Geldmenge stark erhöht. Hier gab es innerhalb von sieben Tagen 3000 neue Millionen. Boah, das war hier, ne? Das war Halloween, da hatten wir extrem viele Money-Drops drin und da war hier auch nochmal was. Das war wahrscheinlich die Dezemberzeit. Da ging es richtig ab damals. Das ist mittlerweile dann jetzt über ein Jahr her. Wir werden gleich sehen, wie die Zahlen da jetzt aussehen. Gesamtes Geldvolumen ist das hier. Wir gucken mal rein, wie das gesamte Geldvolumen denn heute aussieht. Boah, Halleluja. Oh, eine spannende Zahl. Eine sehr spannende Zahl. Wo endet der Wirtschaftsbericht hier? Der sagt, es sind 24 Milliarden gewesen. Und es ist auch tatsächlich dann am Anfang Januar waren es 24 Milliarden. Das ist dann hier ungefähr da. 24 Milliarden und dann steigt es hier so langsam, steigt es hier so langsam. Und ich glaube auch hier haben wir in den Kisten auch ein bisschen mehr Geld reingekloppt. Und da dreht es hier mal ein bisschen durch. Das übrigens hier, das hier war Bantor. Der hat sich mal 500 Millionen gecheatet. Und die werden natürlich mitgezählt, wenn der sich da irgendwie 500 Millionen aufs Konto ballert. Ja, oder irgendwie sogar eine Milliarde. Das war, glaube ich, Bantor. Habe ich ihm gesagt, bitte du, mach nicht so viel Geld. Das ist sogar im Stream. Ich glaube, das warst du, Bantor, hier. Die kleine Delle. Aber diese Anstiege hier, wo es so hoch geht, das sind wahrscheinlich immer Kisten-Sales, wo Geld auch in die Wirtschaft kam. Aber ihr seht, der Anstieg ist natürlich im Vergleich zu dem Graph hier deutlich besser. Wenn ihr hier mal guckt, das war ja schon wirklich eine wilde Zeit. Hier auch in dem Sinne Inflation oder Geldmengenerweiterung. Aber auf jeden Fall nicht so massiv. Jetzt geht es aber weiter. Das ist das gesamte Geld, Leute. Das hier ist das Geld auf allen Accounts, die es gibt. Da sind auch gebannte Accounts bei. Da ist dupliziertes Geld bei und so weiter und so weiter. Wir gucken uns jetzt mal das aktive Geld an. Das aktive Geld ist deutlich spannender, weil das ist nur das Geld von Leuten, die in den letzten 30 Tagen aktiv waren. Das heißt, wenn du länger als 30 Tage nicht da warst, wegen einem Bann oder weil du einfach nicht mehr spielst, dann ist es quasi spannend, wie viel Geld ist dann da. Das ist quasi die Geldmenge, die auch wirklich verfügbar ist. Und da gucken wir jetzt mal rein. Zuerst Wirtschaftsbericht, da habe ich es hier auch erklärt. Aktives Geld 18,9 Milliarden. Seht ihr auch, aktives Geld schwankt deutlich mehr. Aktives Geld hier noch unter 10 Milliarden geht dann so langsam hoch und dann hier auch komplett durchgedreht, aktives Geld. Und dann hier auch mal wieder runter kurzzeitig und dann wieder runter. Und ja, also aktives Geld ist immer ganz wild, weil Spieler quitten, Spieler werden gebannt und so. Ist halt krass. Aber damals eben gestiegen von so, ich würde sagen, aufs Doppelte ungefähr, ne? So von 9 Milliarden auf 19, Doppelte würde ich sagen. Hier seht ihr den Graph vom aktiven Geld. Das heißt, ihr seht, es endet bei 27,3 Milliarden. Haben einige sehr, sehr gut geschätzt. Und da seht ihr auch, der Anstieg hier wirkt natürlich nicht so stark. Man muss ja ungefähr hier so anfangen zu zählen. Also bei den 19 Milliarden circa, da ging es auch erst mal runter. Also das aktive Geld wurde wegen, wahrscheinlich viele Spieler haben dann aufgehört hier, ne? Ihr habt ja vorhin die Graph gesehen, da sind unsere Spielerzahlen gesunken. Hier sind viele haben aufgehört. Aber viele geben halt ihr Geld, bevor sie quitten, auch noch weiter. Also nicht alle sagen, ich gehe offline und lasse noch 10 Millionen auf der Bank. Und dann hier, ich glaube hier ist es wirklich, da haben wir gesagt, in den Kisten bekommt man mehr Bargeld. Da steigt es dann wieder deutlich, ne? Hier dann noch so ein Knick, das ist wahrscheinlich dann alles wieder Bunter gewesen. Und hier geht es dann nochmal gut ab. Die Weihnachtszeit war ja auch ziemlich heavy. So sieht es aus. Also da haben wir tatsächlich uns erweitert von 19 Milliarden auf 27 Milliarden. Also um weitere 9 Milliarden, aber um weniger im Verhältnis als im Jahr davor. Trotzdem, deutlicher Anstieg der aktiven Geldmenge. Kann man nicht anders sagen. Wie geht es weiter? So, das durchschnittliche aktive Geldvermögen eines Spiels beträgt 274.000 Dollar. Das durchschnittliche Geldvermögen aller Spieler beträgt 15.800 Dollar. Auch da ist es immer krass, ne? Das wird wahrscheinlich dieses Jahr ähnlich sein. Wenn man alle Spieler nimmt, da sind dann auch immer Bots drin und so weiter. Dann wirkt es immer extrem wenig. Da haben die Leute nur 15.000, 16.000 Dollar. Ich kann das mal ausrechnen, wie das jetzt aussieht. Das heißt, jeder Spieler hat jetzt gerade 18.095 Dollar. Also tatsächlich, im Schnitt haben die Leute ein bisschen mehr. Jetzt wird es wirklich spannend. Und zwar, wie viel aktives Geld ist das, ne? Das wird jetzt wirklich spannend. Das heißt, wir müssen das aktive Geld nehmen. Da haben wir ja gerade gesehen, das ist 520.000 hat jeder Spieler im Schnitt. Jeder aktive Spieler. Das ist schon heavy. Das ist schon heavy. 500.000 auf der 1.8. Ploppy schreibt, warum sind alle so arm? Klar, es gibt auch Leute, die haben halt 100 Millionen. Es gibt Leute, die haben nur 50.000, ne? Trotzdem, der durchschnittliche Spieler kann sich 10 mal Merchen leisten. Oder 50 Plots. Ne, mehr. Doch, 50 Plots, ja. Unsere 25 reichsten Spieler besitzen ein Bankvermögen von 250 Millionen bis 206 Millionen Dollar. Das können wir auch mal wieder nachgucken. Oh, ist das krass. Ist das krass! Ihr werdet gleich durchdrehen. Das ist so krass. Also, was habe ich hier? Top 25. Also, ich kann euch schon mal sagen, der unterste, der 25. Platz hatte hier noch 52 Millionen. Der hat jetzt 100 Millionen. Ziemlich glatt 100 Millionen auf der Bank. Der reichste, also der Platz ganz oben, hatte 206 Millionen, hat jetzt 800 Millionen auf der Bank. 800 Millionen. Und man könnte es nicht anders denken, es ist Poseidon unterstrich CBE, also wahrscheinlich ein Casino. Die Casino-Betreiber, die reißen das ganze Geld an sich. By the way, um ein bisschen Leute zu beruhigen, der zweite Platz hat 386 Millionen. Also, da ist ein riesen Gap, weil wahrscheinlich das Casino da einfach dermaßen viel auf der Bank hat. Das ist schon echt krass. Zweiter Platz wäre, ist übrigens auch ein Casino. Das Samurai-Casino ist das. Spielzeit ist noch spannend. Wie viel Zeit seid ihr auf Griefer Games? Also, im letzten Bericht hatten wir eine durchschnittliche Sessionzeit von 28 Minuten. Die aktuelle Sessionzeit beträgt 38 Minuten. Das heißt, wir hatten natürlich auch viele Hardcore-Spieler, die länger gezockt haben. Und da gucken wir jetzt einmal rein. Wie viel ist es denn jetzt? Es waren 38 Minuten und 38,5 Minuten, das sind jetzt gerade 38 Minuten und eine Sekunde. Also, 38,0 Minuten. Es war aber tatsächlich zum Beispiel, vor einer Woche waren es noch 38,5. Also, es schwankt sehr, sehr stark um den Wert von 38 Minuten. Das ist also exakt gleich weiterhin. Sessionzeit hat sich nicht viel geändert. Wir können noch gucken auf die Zeit, also die maximal Playtime. Also, Platz 1 macht Creaptor. Und dann muss man, glaube ich, diesen Wert hier teilen durch, das müssen jetzt Stunden sein. Hat 31.110 Stunden. Zweiter Platz ist immer noch Dunkler, Lord Arthus, obwohl er gebannt ist. Der wird wohl irgendwann überholt werden, aber nicht allzu schnell. Also, der hat schon sehr viele Stunden. Der hat 29.411 Stunden. Und Platz 3 ist tatsächlich nicht mehr Magnifique, sondern Isaiah Orihara XXX. Anderer Spieler jetzt. Mit 24.100 Stunden. Ziemlich krass. Ist natürlich auch klar, dass die Leute mit der höchsten Playtime meistens Leute sind, die Auto-Connecten und so, die niemals den PC ausmachen. Trotzdem, ziemlich krass. So, Congrats zu diesen verrückten Spielzeiten. Kann ich weitergeben. Also, die Sessionzeiten sind wahnsinnig krass. Die Spielzeiten sind krass. Ja. Aber das sind die aktuellen Zahlen. So sieht es bei Grifa Games 2023 im Januar aus. Untertitelung des ZDF, 2020